Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 11.08.2023 und unser DAX hat hier auch wackelig ein bisschen versucht, was aufeinander zu stellen. Besonders viel Bewegung war nicht gewesen. Wir sind trotzdem ein Stückchen weitergekommen, haben zum Donnerstag uns jetzt mal drüber gesetzt, haben hier sogar in die 16.60 schon mal reingestochen. Damit liegt er so halbwegs auf der Route, aber ich bin da schon nicht ganz so zufrieden, muss man schon sagen. Also, A hat mir nicht gefallen, wie er es mit den Stundenkerzen gesetzt hat, erst die eine Stundenkerze oben drüber, auch die war wirklich schön hochgeschlossen, also genau das, was eigentlich am Donnerstag jetzt die Übertreibung einleitet. Kam aber nicht, das haben wir jetzt schon mal irgendwo die letzte Woche gehabt. Danach gab es auch einen Freitag, der nicht ganz so knüpfig ausgegangen ist, also ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch zusammenkriege, wo das war. Keine Ahnung mehr, ich kriege es nicht, aber wir haben letztens schon mal irgendwo so gehabt, wo so ein Donnerstag, ach hier guck mal, ich glaube, das war das hier gewesen, wo der Donnerstag oben sich schön rausgestellt hat, einen schönen hohen Schluss gemacht hat und dann einfach wieder zurückgelaufen ist, wieder zur Tageseröffnung zurück und dort dann verendet. Und da ist am Freitag auch nicht wirklich viel passiert, aber er ist ein bisschen aufwärts gelaufen. Und das ist jetzt so ein bisschen dieses Dilemma, was ich habe, denn ihr wisst, dass hier Freitag im DAX, die sind halt einfach statistisch betrachtet eher auf der Oberseite attraktiver. Der läuft viel, viel, viel öfter nach oben, als dass er nach unten läuft. Und noch dazu läuft er eigentlich sogar sehr selten, mal richtig schön von oben nach unten, eher sonst sogar seitwärts, wenn es nicht aufwärts ist. Ich habe das mal auch im Premium-Dienst, haben wir das mal, glaube ich, so zusammengefasst, als, ich sage mal, Bauchladen, Statistik, Bauchgefühl, Statistik, sechs von zehn Freitagen nach oben, drei zur Seite, einer nach unten. Und da jetzt zu sagen, hey, wir hatten einen Fehlausbruch, der macht komplett nach unten durch, würde halt nicht auf das typische Verhalten von einem DAX auf einen Freitag passen. Das habe ich jetzt auch schon im letzten Update geschrieben bei uns. Das würde nicht passen, einfach, das würde komisch aussehen. Der kann das machen, ohne Frage, aber das müssen wir wirklich sehen. Und solange wir das nicht sehen, dass der am Freitag richtig schwach auf die Tube tritt, würde ich dem fast eher nochmal einräumen, dass er wahrscheinlich sogar nochmal nach oben zurückläuft und in die Route rein halt. Zumindest mal dann nochmal die 1,20, 1,50 anstechen, hier die letzten Hochs. Das wäre so vielleicht ganz attraktiv. Er dürfte dafür sogar nochmal runter, er dürfte auch ein bisschen tiefer. Ich lasse den ruhig hier nochmal. 8,75, 8,85 hier, das wäre okay. Aber er sollte versuchen, nicht zu krass die Bewegung zu brechen. Also es ist schwierig abzugrenzen, wirklich. Es fällt mir nicht leicht, hier einen Punkt zu setzen, ab dem ich sagen würde, ab da ist Short zu verfrissieren. Aber wir brauchen einen, immer eine bärische Route mit drin. Dann lässt es sich schlecht ziehen. Vielleicht ist es ja mal ein Freitag, der unten raus wirklich zieht und durchzieht. Das würde auf den Fehlerausbau auf jeden Fall passen, aber eben nicht auf den Freitag. Das ist zu selten. Wenn ich jeden Freitag dastehe und sage, der fällt, dann mache ich mich 9 vor 10 Freitagen zum Ei. Dann stelle ich mich an jeden Freitag hin und sage, dann passt mal lieber auf, der steigt bestimmt. Dann sagen sie, Mensch, wenn man den schon wieder recht gehabt hat. Und was liegt dahinter? Einfach eine blöde Gesetzmäßigkeit zum DAX hinsichtlich der Statistik von Freitagen. Punkt. Ja, und von daher, sich da jetzt gegenzustellen, ist halt ein bisschen heiß. Also ich würde für mich erstmal unabstreitbar festhalten, wenn der DAX über 9,50 nach oben arbeitet, dann lasse ich den Raum bis 16,60 bis 16,21 nach oben zu arbeiten. Ja, ich würde sogar Lungen suchen. Ja, auch wenn der wie Dussel ist. Ein richtiger Vollidiot. Aber ich würde nochmal einen Schritt wieder gehen. Vielleicht dann eben früh einen Teilverkauf wieder am nächsten hochziehen. oder vielleicht schon vorher an der 16,60. Aber ich würde da nicht Short reinkloppen. Also nee, das hätte ich keine Lust zu. Hätte ich viel... Also würde ich eher denken, dass er dann nach oben überreizt. Und unten würde ich mich schwer tun, muss ich schon so sagen. Für das Konz, wo ich hier einen Short dann einsetze, müsste man in der aktiven Bewegung dann suchen. Manchmal sind es die Strecken, die der Markt am liebsten läuft und am weitesten läuft, wo die Leute nicht so richtig wissen, wie sie sich eingestellt und vor allem, wo sie sich mit einem Stop-Loss platziert kriegen. Das ist das Einzige, was für mich so ein bisschen dafür spricht, dass er vielleicht am Freitag fällt. Aber das würde ich wirklich erst sehen. Habe ich, glaube ich, jetzt so dreimal gesagt. Einfach, weil die Statistik viel zu oft dafür spricht, dass der sich rausdreht. Ich würde vielleicht unter 8,70 ein bisschen vorsichtiger werden. Ob ich da jetzt schon Short bin, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Aber ich glaube, man könnte das tun, wenn man vorsichtig ist. Unter 8,70 Short, über 9,50 eher long. Ich glaube, vielleicht so in die Richtung. Aber es fällt mir ein bisschen schwer auf der Unterseite. Wo könnt ihr hin, wenn ihr hier unten rausmacht? Unter 8,70. Wo könnt ihr hin? 8,70. Ihr könnt auf die 800 zurück. Das sieht erstmal gut unterstützt aus. 8,30, 800 ist ja auch eine gute Passion. Hat hier sehr, sehr oft nach oben immer wieder reagiert. Das heißt, es wäre eine erste Anlaufstation. Und wenn das dann brischt, müsste ein neues Tief kommen eigentlich. Würde jetzt nicht unbedingt Sinn machen, hier einen Doppelboden zu bauen. Also müsst ihr eigentlich tiefer. Das kann dann die Linie hier werden. Die liegt jetzt schon bei 15,600. Ja, ganz schön interessant, wie schnell die da langsam fällt. 15,600. Oder guck mal, jetzt hier der Kollege mit den unendlichen Linien, die sich irgendwann schneiden in den Kommentaren. Jetzt kriegst du deinen Schnitt. Pass auf. Jetzt kriegst du deinen Schnitt. Das können wir doch jetzt setzen. Ah, das wird auch bloß. Guck mal, es wird auch nicht besser. Liegt auch hier im Bereich um 15,600. Ne, gut. Dann können wir das abhaken. Ich dachte, der kommt vielleicht ein bisschen höher, dass wir hier noch eine Unterstützungslinie höher kriegen. Da können wir es kurz machen. 8,70, unter 8,70 würde ich ihm dann quasi Raum geben, in die 8,100 reinzugehen. 8,30, 8,100. Wie gesagt, das wäre auch Support, um nochmal hochzudrehen. Schnell ins Morgentief und dann von dort hoch. Das wäre erlaubt. Aber alles, was tiefer geht, würde für mich dann ein neues Tief Richtung 15,600 sprechen. Würde dann auch dazu passen. Fehlausbruch hier oben, voll durch nach unten. Ja, aber ich würde nicht per se shorten. Ich würde auch nicht direkt zum Open gleich Short gehen, sondern wirklich nur, wenn ich Schwäche sehe. Weil, wie gesagt, Freitag im DAX halt wirklich auffällig oft nach oben gehen, um die Wochenkerzen einfach noch ein bisschen Kosmetik zu verpassen. Ja, und deswegen oberhalb von 9,50, ne, oberhalb von 9,70 hier lassen. In die 16,60 reinlassen, in die 16,21 reinlassen. Macht im Zweifel mitgehen. Ja, aber ich würde schon denken, das Gap hier oben ist halt auch noch ultra attraktiv. Interaktiv, das zu closen halt, ne, also da noch reinzuzimmern. Das wollen bestimmt viele auch, ne, auch von den Größeren. Also nicht die privaten, gegen die man handeln sollte, sondern das ist tatsächlich Bewegungsziel, wo viele Marktteilnehmer vielleicht auch noch hinwollen. Und vorher halt ihre Position noch nicht verkaufen. Wenn die Großen ihre Position noch nicht verkaufen, dann fehlt da ein bisschen Abgabedruck nach unten raus. Ja, gut. Wir lassen das so. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Würde das Video dann hier zumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Freitag. Ich wünsche euch mal ein schönes Wochenende. Dann hören wir uns am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.